Hallo bei der Elitopia! Ja, ich habe heute gedacht, ich mache mal eine kleine Review über meine absoluten Lieblingsnagellacke. Aber vorher möchte ich nochmal kurz von M&Y, den Lidschatten, den ich in dem letzten Video schon vorgestellt habe. Das hat man ja absolut gar nicht gesehen. Moment. Also, ist wirklich total schön. Glänzt auch, also hat so einen ganz leichten Perlmuttouch. Ist die Farbe 206a, habe ich letztes Mal vergessen zu sagen. Steht aber unter dem Video. Ja, wollte ich nur noch kurz vorausstellen. Eigentlich Review über meine Lieblingsnagellacke. Und zwar habe ich mir da von letztem Jahr zwei ausgesucht. Einmal von Essence & Go. Die Farbe 18 Check Me Out. Ja, ist ein helles Grün. Ist nicht ganz so deckend, wie man es wahrscheinlich vermutet. Aber, also so eine typische Sommer-Frühlingsfarbe. Glitzert soweit. Nein, glitzert auch nicht. Also, was ganz Frisches. Dann habe ich von Manhattan Quick Dry. Und von Manhattan Crazy Colors. Einen ähnlichen Pinkton. Also ich weiß nicht ganz genau, was es für eine Farbe ist. Aber es sieht ähnlich aus. Ja, der schimmert noch ein bisschen lila mit. Und der ist eigentlich nur richtig kräftig pink. Ja, die sind von letztem Jahr. Heute kann ich sie leider nicht mehr drauf machen durch meine roten Haare. Aber, also zu blonden oder dunklen Haaren, wenn man wirklich auf was abgedreht ist, was steht, was total crazy ist, dann kann ich die beiden nur empfehlen. Also auch super deckend und hält super lang. Von diesem Jahr hatte ich ja meine zwei Favorites des letzten Monats schon vorgestellt. Der Sun City 020 Copacabana und der 640 Heartbeat von P2. Von P2 habe ich gerade mal drauf. Also wie gesagt, geht schon leicht ins Orange. Total deckend. Also ich bin hier nur einmal drüber gegangen und 1A. Der grüne genauso. Hatte ich ja im letzten Video schon gezeigt. Und dann habe ich noch zwei von Essence. Und zwar Essence Color & Go. Die Farbe 54 Trust & Fashion. Und die Farbe 43 Schwerste Party. Das eine ist ein Petrol Ton. Passt nicht zu den blauen Sachen, die ich habe, aber zu den grünen. Ja, also zu grünen passt es einwandfrei und bei blau muss man eben aufpassen. Ja, ist nicht so ein typisches Türkis oder blau oder grün, sondern wirklich so ein richtig kräftiges Petrol. Ja. Und der andere Trust &... Ne, Where's the Party? Genau. Ja, der schimmert. Moment, man kann es vielleicht sehen. Mal lila, mal grün. Also ist wirklich total genial der Nagellack. Man kann ihn eigentlich zu allem, ja gut, vielleicht nicht zu rot, aber sonst wirklich zu allem tragen. Ja, auch total ergiebig. Hält absolut super und ewig. Ja, und ist einfach mal was anderes. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Mehr fällt mir gerade spontan nicht ein. Wenn ihr Fragen habt, dann drunter schreiben. Mal gucken, ob ich nochmal eine kleine Review über meine anderen Nagellacke mache. Aber wird sich zeigen. Bischeeing Bischeeing